Affärer Philipp von Colorido Melz Auch Filippo di Colorido Melz war ein italienischer Adliger und Ritter des 1. Standes des souveränen Malteserordens. Er wirkte 1845 bis 1864 als Ordensoberhaupt. Biografie Philipp von Colorido Melz entstammte dem aus dem Friaul kommenden Adelsgeschlecht Colorido Waldseemelz und war der Sohn von Hieronymus von Colorido Melz. Mark Hese di Santa Sofia Eres Enati sowie dessen Gattin Maria Antonia von Colorido Waldseemelz. Er wurde bereits im Alter von einem Jahr in den Malteserorden aufgenommen, legte 1840 die ewigen Gelübde ab und wurde somit Professritter und Mönch im Sinne des Kirchenrechtes. Später war Philipp von Colorido Professerin sowie Devotionsgroßkreuz Bayi. Er führte den Orden von 1845 bis zu seinem Tod als Stadthalter anstelle eines Großmeisters, Hauptsitz war bereits seit 1834 Rom. Colorido Melz erwarb sich große Verdienste um die Konsolidierung des Malteserordens und begann ihn auch wieder auf internationaler Ebene zu etablieren. Außerdem ließ er das Verfahren zur Wahl der künftigen Großmeister neu regeln. Der Stadthalter starb 1864 in seiner Heimat Rekanati, wo er sich meist den Sommer über aufhielt. Alessandro Borgia wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Onze Untertitelung des ZDF für funk, 2021